«Regio Sport» wird Ihnen präsentiert vor. Nur die beste Qualität. Von der Beratung bis zum Service. Jetzt neu. «Kerli und Vitra» mit der Staubsauger. Alles aus einer Hand. Wagner Haushalt Grät in Brattelen. Das «Regio TV Plus» ist jetzt an dem Schnuppersporttag in Liestl. Bei mir ist der Nicola. Nicola, du hast das alles organisiert. Wir fassen doch mal ein bisschen zusammen. I&S feiert Geburtstag. Und der feiert Sport. Ganz genau. Jugend und Sport. Das einzige Sportpferdprogramm, das der Bund hat. 40-50-Jährige bestehen. Das haben wir eigentlich zum Anlass genommen, um das auch bei uns im Kanton Basel-Land zu feiern. Also schweizweit finden Jubiläumsaktivitäten statt. In den letzten zwei Wochen haben wir Schulsporttage durchgeführt. Und heute findet der Schnuppersporttag statt. Mit ganz vielen Vereinen und Sportorganisationen, wo wir das miteinander koordinieren. Als wir in Liestl gekommen sind, haben wir gemerkt, die Menschenmasse haben sich schon ein wenig zu ballen. Es ist eine grosse Begeisterung hier. Habt ihr einen Überblick, woher alle Teilnehmer kommen? Ja, also wir erfassen das bei der Anmeldung. Es wird wirklich quer gebeten. Durch das ganze Baselbiet zieht sich, wo die Teilnehmer daherkommen. Da werden wir dann sicher nach dem Anlass dann noch ein Fahrzeit ziehen können. Aber bis jetzt ist wirklich vor allem Teil von Baselbiet etwas dabei. Gut, und jetzt probieren wir einmal in diesen riesigen Sack von Angebot hinein. Sämtliche Vereine der Umgebung sind eigentlich dabei. Aber erzähl doch schnell ein paar Sportarten. Wir sind in der Halle, wir sind draussen, wir sind auf den Autorplätzen. Ja genau, also wir haben 26 I- und S-Sportarten. Hier beim Franken-Oreal, beim Gitterli und im Gitterli Bad. Also das heisst, wir haben auch viele Wassersportarten. In der Halle haben wir beispielsweise Fechten, wir haben Judo, wir haben Karate, wir haben Gymnastik, Tanzen da aussen, wo wir jetzt gerade hinter uns sehen, Basketball, Fussball. Wirklich, da ist ganz vieles dabei, wo Kinder können halbstündlich ausprobieren, und die Lektionen von den Vereinen geniessen. So, bei mir ist jetzt Andreas. Andreas, zu diesem 50-Jahr-Jubiläum möchte ich jetzt gleich das erste J im Namen nochmal aufnehmen, Jugend. Hinter dir geht die Post ab, mit ganz vielen Kindern, vor allem viele Familien. Ist das auch immer der Grundgedanke gewesen, den Sport zuallererst quasi in der Familie zu implementieren? Ja genau, in der Familie zu implementieren. Wir wissen nach neuesten Statistiken, dass wenn die Eltern viel Sport machen, als nachher die Kinder auch viel sportaffiner sind. Aber nein, eigentlich können wir dann schon voll auf die Jugendlichen und auf Kinder los. Also die Eltern, die nehmen wir auf und so, aber die subventionieren wir in keinster Weise von diesem Jugend- und Sportprogramm. Also das ist voll auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Du bist vor allem in Macklingen tätig, wie sieht das aus? Kommt denn dort auch mal ein Sportler an, der sagt zu dir, ja weisst, ich mag mich erinnern, in der Kindheit, habe ich bei Jugend und Sport dabei sein dürfen. Das hat mir den Antrieb gegeben. Genau, das ist so. Deshalb ist das Programm beständig. Wir können auch in der Spitze oben, Spitzensportler, aber auch in der Breite, die in den Kurs kommen, sagen immer, wir haben ganz tolle Geschichten erlebt. Insbesondere sagen sie Lager natürlich, dort geht die Post ab natürlich, im Sport und in der Bewegung. Und ja, das haben wir ganz oft, dass die sagen, meine erste Begegnung ist zum Beispiel ein I&S Skilager gewesen. Die Begegnung heute an dem, man muss fast sagen, Gewalts-Event. Das ist ganz toll, was ich hier sehe. Genau das sollte man eben machen. Viele Kinder und Jugendliche und, wie sie es gesagt haben, Familien auf den Sportplatz bringen, dass die mit Freude, das habt ihr ja vielleicht gesehen, alle lachen ohne Wettkampf, alle lachen und haben Freude. Und die betätigen sich sportlich und das ist genau in unserem Sinn. Regiosport ist Ihnen präsentiert worden vor. Nur die beste Qualität. Von der Beratung bis zum Service. Jetzt neu. Kerli und Vitra mit den Staubsauger. Alles aus einer Hand. Wagner Haushalt Grät in Brattelen.